Ich muss ganz viel Anschwung nehmen. Herzlich Willkommen bei einem neuen Video heute. Ihr wisst bestimmt schon, dass ich 200 Argumenten habe. Deswegen durfte ich mir etwas aussuchen. Und hier ist der ganze Karton. Das ist so groß. Da habe ich 50 Euro gekostet. Und deswegen packe ich jetzt mal aus. Hier hat mein Papa schon angefangen. Ich muss es weiter machen. Was ich bekommen habe, das zeige ich euch jetzt gleich. Weil das soll eine Überraschung werden. Oha ist das riesig. Guck mal da rein. Das ist riesig. Das ist riesig. Und das ist riesig. Und das ist riesig. Und hier noch. Das ist so laut. So, jetzt hole ich das ganze große Ding hier mal raus. Jetzt machen wir die kleinen Sachen raus. Also hier ist, ähm, das ist eine Überraschung. Ich habe mir, ich habe schon, ähm, von Überraschung gelegen. Deswegen habe ich meine Video mitgenommen. Weil ich habe das jetzt hier nämlich schon. Deswegen. Hier ist, keine Ahnung was das ist. Hier ist ein Katalog. So. So. Erstmal hole ich das mal raus. Warum fasse ich nicht direkt hier an? Das ist es. Das hier. So. Das ist der Einkaufsleit, den wollte ich unbedingt haben. Weiß hab ich mich noch keinen. Da sind so viele schöne Sachen dabei. Und ja, hier hinten ist auch noch was da alles dabei ist. Das zeige ich euch auch. Das ist alles dabei. So. Hier ist halt, ähm, das Haus. Und drei Frauen sind dabei. Da sind auch Anziehklamotten. Und eine Kasse. Und ja. Dann packen wir, dann packen wir das große Ding hier jetzt mal aus. Das ist wirklich riesig. So, jetzt muss ich das aufschneiden. Och, hier ist noch eins. So. Dann schau ich mal noch irgendwie auf. Jetzt bin ich drin. Also erstmal hole ich die große Teile raus. Hier ist einmal die Platine. Das ist hier das, glaube ich. Und hier ist, ähm, irgendwie sind das alles blaue Sachen. Ich schneide nicht. Ich schneide jetzt nicht aus. Weil beim Aufbauen, beim nächsten Video schneide ich die dann auch. Und dann baue ich auch alles auf. Und hier sind auch mal wieder Stickers dabei. Und ganz viel Krimskram. Weil hier sind irgendwie so eine Gladscheibe. Ich glaube, das ist hier von der Kasse. Tatsächlich hier. Und das wollen wir dann auch alles vom Aufbausvideo sehen. Hier unten ist auch noch. So. So. Dann hole ich mal auch noch das nächste raus. Das ist mit Gummibändern befestigt. Das muss ich auslösen. Aua. So. So. Andere ist auch ab. Das sind mal wieder zwei Platten. Und da ist noch ganz viel drin. Ähm, das ist, glaube ich, hier so die Wand, oder? Ja, das ist die Wand hier. Die pinke. So. Dann machen wir weiter. So. Hier ist noch so kleine Wand. Das kleine Wand. So. So. Ich glaube, das ist hier für... Hier. Ist ja auch noch was Grünes. Ich habe hier mal Grün und Blau. So. Zweimal Grün. Und zweimal Blau. Sind da noch Platten? Ja. Aber in einer Tüte. Hier, diese Platten, aber in einer Tüte. Ich weiß nicht, wo die sind. Oder... Nein. Das sind diese Wände, glaube ich. Hier sind ja noch so Seitenwände. Ich glaube, das sind sie. Hier gibt es nochmal eine Wände Stickers. Und keine Ahnung, was das hier ist. Muss ich mal gucken. Ich glaube aber, dass es das ist. Ich weiß noch nicht. Dann gucken wir uns dann mein nächstes Video an. Wo ich das auch aufbaue. Hier ist euch. Da ist euch. Ich glaube, das ist die Kasse. Hier ist noch ein Tisch. Das ist, glaube ich, der hier. Und ja. Sonst noch kleine Teile hier noch. So. Ähm. Hier, glaube ich, für noch viersel. Etwas. Und hier. Was ist das? So, dann muss ich ab. Also hier ist auf jeden Fall eine Frau dabei. Das ist diese hier. Und hier ist ein. Wow. Da ist ein Schiffbrett dabei. Cool. Hätte ich noch nicht. Hier das. Weiß ich nicht, was das ist. Das sehe ich auch gerade nicht auf der. Hier. Das sehe ich auch gerade nicht. So. Das lege ich aber erstmal mal auf den Haufen. Hier sind zwei Blumenlasen dabei. Ein kleiner Stuhl. Und ein Kleid. Und ein Röckchen. Und noch ein Röckchen. So. Und dann machen wir das nächste. Das ist das hier. Hier. Keine Ahnung, wofür das dann sein soll. Hier das. Also hier sind auf jeden Fall noch so, ähm, Dinger dabei. Das sind diese hier. Da unten die Dinger. Das lege ich jetzt auch einfach mal drauf. Da sind auch so viele coole Sachen dabei. Und die letzte Tüte ist das hier. Ganz viele Anzieklamotten. Ein Kleid. Ganz viel. Jetzt sind auch die Handtaschen mal gekommen. Hier war eigentlich auch schon eine Handtasche dabei. Und hier sind auch noch mehr Handtaschen dabei. Und die Kiste ist leer. Nicht mehr dran. So. Dann ist das Video für heute vorbei. Weil ich mach zwei Videos. Ich mach ein Video, wo ich halt aufbaue. Und ein Video, wo ich alles einrichte. So. Ja. Dann. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss.